7 zu 4 7 zu 1 war es glaube ich schon gestanden, oder 7 zu 2, 7 zu 3, wie auch immer. Ope, nicht vom HAL, für mich hier. Oh Gott, gut! Die Augen Travelplay im Moment, oder oder? Willkommen vom Kapitän der zweiten Mannschaft, der heute hier Ersatz spielt, 9-5, Aussicht der Gäste, Sachsen-Würgen-Hohenstein, 5-9. Nun, da setzt er gleich noch eine Bestätigung zurück beim Kinderher. Der erste Satz hier, relativ überzeugend, im Mittelteil war mal der Wurm drin, aber Anfang und Ende, sehr stark, 1-0.